Aktion Standesamt, würde mir jemanden bitte nach vorne treten? So geil, so viele Leute. Wir sind von der Aktion Standesamt. Wir, die Aktion Standesamt 2018, kämpfen dafür, dass alle Menschen das Recht haben, selbst zu benennen, was für ein Geschlecht sie haben. Niemand, nur noch! Niemand weiß besser als ich selbst, ob ich Mann, Frau, nicht binär, weder Mann noch Frau, kein Geschlecht oder verschiedene Geschlechter habe, nicht die Politik, nicht die Justiz und nicht die Medizin. Und teilbar bedeutet für uns auf, dass wir uns nicht teilen lassen in Männern und Frauen oder in Abweichungen und Normen, sondern uns gemeinsam und unteilbar dafür einsetzen, dass jede Person sein darf, wer sie ist. Herzlichen Applaus Standesamt!